ja liebe leute zum abschluss dieser woche herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter schweden fällt eine überraschung nicht schon die ganze woche gemacht gut gehen wir rein auf jeden fall in den nächsten teil mit 4,49 kilometern die jetzt auf jeden fall uns ins haus anstehen oder was wir jetzt im haus anstehen wie auch immer wie es war ich meine die letzten vier rennen für diese woche 3 2 1 los in rechts 5 überwenden in links 6 links 6 durch senke in rechts 5 überwenden in links 6 links 6 durch senke 60 rechts 5 links 6 links 6 durch senke in links 6 links 5 links 6 durch senke in links 5 links 5 durch senke in rechts 5 und ich glaube der tag heute wird bestimmt ein bisschen kurzer werden ich glaube der tag heute wird bestimmt ein bisschen kurzer werden links 5 60 rechts 3 durch senke in links 5 links 5 links halb überwenden in links 6 durch senke in kuppe vielleicht sprung 60 kuppe vielleicht sprung in rechts 6 links 5 rechts 5 links 5 links 5 in rechts 4 in 90 grad rechts lang links 6 1 links 5 6 durch senke in kuppe links 5.6 durch senke in rechts 5 überwenden in kuppeOULD reparieren links 6 links 6 kuppe 80 senke rechts 6 links 6 rechts 4 kuppe links 3 Check deixe likens 3 überwenden in kuppehr 60 überwenden aber keine hauptsache keine weitere zeitschrafe holen links vier langen durchsäckchen in links 3 überwenden rechts 4 überwenden rechts 4 in links 4 durchsäckchen rechts 3 durchsäckchen rechts 6 in links 5 überwenden sobald zu machen ich hier durch mit dem ding wir haben nur die schweden momentan und das ist wirklich manchmal too much einfach das hätten wir mehr abwechslung reingebracht naja die krim ist es eh ich müsste es ja an so der erste das erste retten ist schon mal durch das ist sehr gut gelaufen tolle wertungsprüfung gut gemacht so 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 ist sechs 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 In links 5, lang überwägen. Kuppeln, rechts 6, 60. Rechts 6, überwägen. In links 5, lang überwägen. Kuppeln, rechts 6, 200. Arter, langsam. Kuppeln, Sprung, in rechts 4, lang überwägen. Kuppeln, links 4, 60. Links 3, durchwägen. Oh, dieses... Mein Gott, Alter, wo schlag dich noch 2 Millionen Mal. Links halb, überwägen, Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Rechts 6, links 6. Senke, 80, Kuppeln. Rechts 6, Kuppeln, 60. Mittig halten, überwägen, Sprung, 80. Rechts 6, links 6. 60, überwägen, rechts 6, durchsenke. 60, links 6. Kuppeln, 80, senke. Rechts 6, links 6. Links 6, durchsenke. In rechts 5, überwägen. In links 6, runter. Mittig halten, überwägen, Sprung, 60. Kuppeln, 60. Links 3, durchsenke. Links halten, überwägen, Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 4, überwägen. Rechts 3, überwägen. In rechts 4, lang, durchsenke. Links 5, überwägen. Links 4, in rechts 2, lang, überwägen. Links 3, durchsenke. Kuppeln. Rechts 3, durchsenke. Rechts 4, Kuppeln. Links 3, lang, überwägen. In Kuppeln, Sprung, 60, überwägen. 150. Achtung, langsam. Kuppeln, Sprung, in rechts 4, lang, überwägen. So. Kuppeln, links 4, 60. Links 3, durchsenke. Das war mir fast klar. Links halten, überwägen, Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Schweden und ich werden keine Freunde mehr. Links 5, in rechts 4. In 90 Grad, rechts, lang, links 6, 130. Mittig halten, überwägen, Sprung, 60. Kuppeln, 60. Rechts 5, überwägen. Links 4, lang, durchsenke. In links 3, überwägen. Rechts 4, überwägen. Links 6. Kuppeln, 80, senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 4, in links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Achtung, links halten, überwägen, Sprung. Links 4. In rechts 5, durchsenke. In links 4, überwägen. Links 4, überwägen. Rechts 3, überwägen. In rechts 4, lang, durchsenke. Links 5, überwägen. Rechts 4, Kuppeln. Links 3, lang, überwägen. In Kuppeln, Sprung, 60, überwägen. Rechts 4. In offene Kehren, links. In rechts 5. In links 6, lang, 60. Rechts 5, senke. Links 5, lang, Kuppeln. In rechts halb, überwägen. 60, rechts 6. In links 5, überwägen. In rechts 6, durchsenke. Achtung, links 4, überwägen. Rechts 3, durchsenke. Mach zu 2, Kuppeln. Links 4, überwägen. 150. So, es war gleich durch hier. Aber wir haben noch gut Vorsprung. Wir haben nur die ersten beiden Sektoren verkackt. Links 5, rechts 5, links halb, überwägen. Links 6, durchsenke. In Kuppeln, links Sprung, 60. Links 4, in rechts 2, lang, überwägen. Kuppeln, bis ziehen. Langsam zum Marsch hoch. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Das war unschlagbar. Dort. Das war unschlagbar. Gibt es nicht nur auf der compromisierten jen. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I war. Water-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Säkratz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Recki ist gut gelaufen. Alles Wichtige ist im Aufschritt notiert. Ja. 5 Minuten mehr. Renn Nummer 7. 3, 2, 1, los. In Kuppe, Sprung. 60 überwenden. Rechts 4. In links 4. Durchsenke. Baustelle raus. Achtung, rechts 3. Durchsenke. Links 6. Durchsenke. In rechts 5. Überwenden. In links 6. Links 6. Durchsenke. In rechts 5. Überwenden. In links 6. 60. Achtung. In links halten. Überwenden. Rechts 5. Lang senke. Links 5. Rechts 5. Senke. Links 5. Lang Kuppe. In rechts halten. Überwenden. 60. Links 3. Durchsenke. Kuppe. Rechts 3. Durchsenke. Kuppe. Links 2. Lang überwenden. Rechts 4. Rechts 4. In links 4. Durchsenke. Baustelle raus. Achtung. Rechts 3. Durchsenke. Rechts 4. Kuppe. Links 3. Lang überwenden. In Kuppe. Sprung. 60. Überwenden. Kuppe. 60. Mittig halten. Überwenden. Sprung. 80. Links 3. Durchsenke. Links halten. Überwenden. Sprung. In rechts 4. Durchsenke. In links 4. Rechts 4. Überwenden. In links 5. Durchsenke. Und Achtung. Rechts 4. Rechts halten. Überwenden. Sprung. Links 4. In rechts 2. Lang überwenden. Kuppe. Links 3. Durchsenke. Kuppe. Rechts 3. Durchsenke. Links 5. 60. Rechts 5. Inkehre. Links. Dein. Macht auf. In rechts 4. Wollen auf jeden Fall hier wieder ein bisschen was ein guter Ergebnis rausholen. Blick auf den nächsten, auf den nächsten Teil. Wir flammeln ja nicht mehr. Jetzt sind hier aber schon der Historic Valley durch und dann geht es in den Triple Crown. zu Triple Crown. Entschuldigung meine, bin ein bisschen erkältet. Also, gehen wir bald mit der Historic Valley durch und dann geht es in den Triple Crown. Ne. Ja, vielleicht auch zwei bis drei Wochen. Dann sind wir vielleicht dann zumindest hier durch. Und dann sind wir bald in der Triple Crown. Und dann machen wir das Thema Dirt 4. zu. In links 4. Links 3. Durchsenke. Kuppe. Rechts 3. Durchsenke. Kuppe. Links 2. Lang. Überwenden. Rechts 4. Rechts 4. In links 4. Durchsenke. Achtung. Rechts 3. Durchsenke. Links 4. Überwenden. Rechts 3. Überwenden. In rechts 4. Lang. Durchsenke. Links 5. Überwenden. Kuppe. 60. Mittig halten. Überbruchensprung. 80. Rechts 4. In offene Kehre. Links. In rechts 5. In links 6. Letztabstück gleich. Achtung. Langsam. Kuppe. Sprung. In rechts 4. Lang. Überwenden. Kuppe links. 4. 60. Rechts 6. 80. Überwenden. Links 5. Lang. Links halb. Überwenden. Rechts 6. Überwenden. 60. Rechts 4. Kuppe. Links 3. Lang. Überwenden. In Kuppe. Sprung. 60. Überwenden. Rechts 6. Bis ziel. So. Alles klar. Gut. Alles grün. Wunderbar. Und dann geht es gleich hier in den letzten Teil. Endlich mal wieder so ein super erfolgreiches Rennen mit über eine Minute Vorsprung. Endlich mal wieder. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Alles auf eins. Wunderbar. So. Letzter Teil. 4,59 Kilometer und dann sind wir durch. Mit dem Thema Schweden. Hey. Naja. Wer weiß es, ob wir das nochmal. Das werden wir eh nochmal bekommen. Wahrscheinlich. Wir werden auf jeden Fall nochmal nach Schweden reisen müssen. Wahrscheinlich. Gehen wir dann im nächsten Teil der Historik Valley. Oder dann am Ende. Na komm. Auf jeden Fall. Okay. Das Auto läuft gut. Das war... Jetzt sehe ich jetzt das letzte Rennen für diese Woche. ... 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